Langsam wird es sehr, sehr ernst, Leute, zur nächsten Folge Minecraft Lucky Islands. Ja, ich bin in der letzten Folge gestorben und ja, ich suche gerade verzweifelt... Wow, okay, Spinne, krassen Rückstoß habe ich, ne? Sehr, sehr naisen Rückstoß habe ich. Ja, Leute, ich suche gerade verzweifelt meine Kiste, ja? Ja, irgendwo hier, das weiß ich, irgendwo in diesem kleinen Wald hier, an der Border, habe ich hier tatsächlich mein Bett, ja? Wo ich respawne, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ja, vielleicht sagen viele, dass ich es jetzt so sagen kann, ja, kann ja einfach irgendwo hier, ähm, einfach so reinschauen, ähm, einfach so jetzt kurz schauen, äh, die... Ah, ja, okay, 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 ich hab's, Leute. In der letzten Folge sind wir gestorben und haben es tatsächlich doch noch geschafft, ähm, dass unsere Items nicht despawn. Okay, zum Glück habe ich den Creeper hier noch bemerkt, sonst wären wir jetzt, ähm, sonst wären wir jetzt RIP. Okay, wenn er hier die Schalke explodiert, ne? Okay, okay, dort legen wir jetzt unsere, äh, Items rein, die wir brauchen, falls wir sterben sollten. Ich mach mal... Ja, wir brauchen, wir brauchen, glaube ich, nicht mehr als Sex and Adderite. Ähm, wir, und wir hinterlassen, ne, Diamonds hinterlassen wir nicht. Ähm, was können wir noch hinterlassen? Die, die Steinspitzsacke hier, ähm, ja, Holz kriege ich überall her. Auf jeden Fall ein Zauberbuch, Leute, Bücherregale. Falls ich jetzt getötet werde, dann, dann, äh, bin ich natürlich raus. Okay, ich glaube, ich mach mir auf jeden Fall Eisenrüstung, ja, weil die, weil die anderen haben tatsächlich schon eine Rüstung. Und ich, schaut, schaut euch, schaut euch mich an. Ich hab nichts, ich hab gar keine Rüstung. Und deswegen muss ich mir auf jeden Fall eine Rüstung machen. Ähm, hab ich nicht, keine Werkbank? Ich hatte im Kopf, dass ich eine Werkbank hab. Okay, also, dann haben wir, hier ist unser kleiner Spawnpunkt, ja. Hier spawnen wir einfach, ähm, wenn wir wollen. So, okay, okay, wir können, achso, wir können die färben. Ich, ich weiß nicht. Ich, Leute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns Lucky wirklich craften sollen. Das könnte halt ganz gut sein, aber ich, ich verzichte. Leute, ich verzichte. Ich hab keinen Bock auf Lucky Block, deswegen. Oh, Justin ist raus. Justin, Justin ist raus. Das heißt, Leute, nur noch ich, Fisch und Hopi. Es wird immer weniger. Okay, es wird immer weniger, Leute. Okay, okay, es sind nur noch, es sind noch drei, Leute. Und ich und Fisch halten uns eher so zurück. Hopi ist so dieser Kämpfer, hab ich das Gefühl. Okay, wir haben keine richtige Base eigentlich, aber das ist ja auch kein Problem. Ähm, so. Okay, wir schauen tatsächlich mal, ob wir was Gutes hier drin haben. Äh, ne, was wollte ich mir grad craften? Äh, fünf Minuten schon bis zum Drop. Das ist gar nicht gut. Da ist eine Base. Ich hab grad Angst wegen meiner Elite dran, ne? Was ist das? Ist da jemand drauf? Ne, da ist niemand drauf. Okay. Das ist ein Dorf, Leute. Tatsächlich. Gibt's hier ein Dorf? Hä, aber hier sind die Lucky Blöcke noch nicht geöffnet. Oh, okay, ich seh schon, wie viel die Lucky Blöcke haben. Gar kein. Okay. Ich glaub, ich glaub, wir gehen in die Mitte. Ja, ich glaub, ich glaub, wir holen uns. Ich glaub, wir holen uns jetzt heute die... Oh. Oh. Naja. 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 Leute, naja. Naja. Wie gut ist es? Naja. Ist, ist nicht das Beste. Ist nicht das... Sind das Diamonds? Hey, Leute. Wie könnt ihr Diamonds übersehen? Und da drin sind auch noch Lucky Blöcke. Okay. Anscheinend sind die Mitspieler ja komplett... Let's go! Leute, ich glaub, ich träume. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich träume, Leute. Schaut euch das an. Let's go! Das... Hä? Full Dia? Full Dia in coming. Ähm. Jetzt ist die Frage, was... Ich brauch dieses eine Ding da. Hä? Warte. Ich glaub, hier war irgendein OP-Spieler, der schon Netherite hat. Ich glaub, hier war Huppi. Der hat schon Netherite hat er gesagt. Und hat das Ganze hier schon gelootet. Ist da irgendwas OP? Nee. Ist einfach nur sein Müll. Doch, da ist ein Enchantedes... Schwert. Okay. Komme ich hier hoch? Ja. Okay. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Enchantedes Schwert. Ähm. Enchantete Brustplatte. Komm. Nehme ich mal. Nehme ich. Sie ist das Glieder. Naja. Okay, wenigstens Enchanten. Unsere Elytra ist auch gleich kaputt, ne? Okay. Dann müssen wir unsere Elytra nur für unseren Schutz jetzt nutzen. Okay. Und die Elytra nutzen wir jetzt für den Schutz. Okay. Haben wir hier irgendwo eine Werkbank? Nein, haben wir hier nicht. Deswegen craften wir uns schnell eine Werkbank, Leute. So. Okay. 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 Das ist jetzt erfreulich, Leute. Das ist jetzt erfreulich. Wir haben jetzt Full Dia. Das heißt, irgendjemand hat hier die Dia-Blöcke vergessen. Und ich denke, derjenige, der die hier vergessen hat, hat die nicht mitgenommen, weil er schon besser ausgerüstet war. Aber, das ist jetzt gut für uns, Leute. Weil wir jetzt Full Dia sind. Wir sind Full Dia, Leute. Full Dia. Und wir werden trotzdem mit dem Holzschwert kämpfen, weil das eigentlich mehr Schaden macht, als das Steinschwert, ja? Okay. 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 Wir nehmen auf jeden Fall den Creeper-Helm noch mit, würde ich... Oder die Elytra, meine ich. Nehmen wir noch mit. Okay. Okay. Gut. Gut, dass ich... Gut, dass ich weggegangen bin. Wenn so ein Lucky Block... Wenn aus so einem Lucky Block nichts rauskommt, dann weiß man, dass es schlecht sein wird, ja? Aber, okay. Ähm, schauen wir mal. Hier ist nur eine Werkbank. Äh, die ist von uns gerade. Wir brauchen den Schmiedertisch, glaube ich, oder? Brauchen wir den Schmiedertisch für den Netherite? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja. Let's go, Leute! Let's go! Das heißt... Netherite. Netherite. Brustplatte. Netherite. Brustplatte. Let's go, Leute! Okay, dann kommen wir noch. Stastschwert. Ne. Brubbe nicht los. Zu einem... Netherite-Schwert machen. Die Axt. Zu einer Netherite. Oh, Leute! Da ist der Netherite-Spieler! Let's go! Full Netherite. Okay, ich sollte lieber nicht den Unlucky Block öffnen. Der andere hat ihn auch nicht geöffnet. Okay. Ähm, das heißt, ich würde sagen, wir nehmen den Schmiedertisch. Ah, ne, brauchen wir nicht. Wir können das ja noch verzaubern, oder? Denn, Leute, der, ähm, Drop... Oh, der Drop ist jetzt gekommen. Okay. Wir schauen trotzdem mal, ob irgendjemand den Drop geholt hat. Weil, Leute, ähm, ich hab tatsächlich den... Weil ich wollte auch den Drop holen, diese Folge. Aber falls ihn niemand geholt hat, dann darf ich ihn ja holen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 5 oder so. Und, ähm, den Drop bei Folge 5 kann ich ja holen, ne? Also, da spricht nichts dagegen. Ich würde den Drop schon gerne holen. Und, ähm, der Aronbrot's Turm ist da auf jeden Fall. So, wir sind ja nur noch zu Tritt. Ähm, bald ist Shoutdown, Leute. Vielleicht schaffe ich das ins Finale. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann meine Gegner nicht unterschätzen. Ich kann meine Gegner ehrlich nicht unterschätzen. Ähm, wie gut Hupi ist oder wie gut Fisch ist. Und wir wissen ja, Fisch ist schlecht. Das wissen wir ja alle. Ähm, so. Okay. In die Mitte. Ich gehe schon in die, in Richtung Mitte. Ich gehe schon in Richtung Mitte, ja? Ich kann immer noch schnell escapen mit der Elytra. Wir machen es einfach so. So, und wir haben auch den Wurftrank des Verfalls. Für drei... Das, das Huhn. Das Huhn hat mich so erschrocken, Leute. Das Huhn. Okay. Okay, okay, okay. Nein, das sind diese Mini-Slimes. Okay, da ist, da ist der Spawn. Ähm. Äh, ja. Ich war schon sehr lange nicht mehr am Spawn, ne? Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr am Spawn. Und es sieht so aus, als ob der Spawn... Wer hat die Lucky-Blöcke da zerstört? Ey, das ist ein Verstoß gegen das Game. Eigentlich darf man die nicht zerstören. Ich schau mal, aber trotzdem... Hupi ist da. Hä? Hupi fliegt? Ähm. Ähm. Okay. Da habe ich auch gesehen, dass ich Full-Ned-Ride bin. Okay. Hupi fliegt. Hupi fliegt, ja. Wie fliegt er? Wie zum Teufel fliegt er? Okay. Er ist einmal geflogen. Er hatte... Er hatte nicht mal eine Elytra. Oh nein, Leute. Oh nein. Was ist mit dem Tisch passiert? Okay. 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 Wir schauen auf jeden Fall hier kurz vorbei. Aber hier sieht es noch nicht aus. Okay. Jetzt wird es langsam sehr ernst, Leute. Jetzt wird es langsam sehr ernst. Ähm. Wir werden auf jeden Fall nächste Folge ein bisschen in den Angriff gehen. Wir werden schon in den Angriff gehen. Da hinten war unsere alte Base. Ähm. Wer war das? Ich schreibe. Ich. Und ja, wenn Fish schon wieder camped, dann... Und Hupi hat gerade gefragt, ob ich ihn folge. Ich schreibe einfach mal. Ja. Okay. Okay, okay. Ähm. Ist das ein Creeper? Okay, wir haben... Wir können jetzt sehr, sehr viel mehr sehen. Also da hinten. Da, ähm. Das ist auch schon ganz, äh, suspicious. Also ich würde zurecht... Ich würde die großen Gebäude abchecken. Es gibt ja drei Hochhäuser. Ähm. Beziehungsweise ein Stadtviertel noch. Mit der Universität und allem. Drin... Drum und dran, Leute. Aber es klingelt schon gleich die Klingel zum Ende von, ähm, Folge 5 von Lucky Islands. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt, Minecraft Lucky Islands.